Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Capital Bra und Samra Berlin lebt 2. Es gibt wohl derzeit kein Duo, welches die aktuelle Musikszene so aufmischt wie Capital und Samra. Die beiden Berliner landen mit ihren Singles regelmäßig an der Chartspitze. Ursprünglich hätte das Debütalbum von Samra noch dieses Jahr erscheinen sollen. Dieses wurde aber dann aufgrund des Collabo-Albums auf Februar nächsten Jahres verschoben. Die Tracklist des Albums ist noch nicht bekannt. Fest steht lediglich, dass Berlin lebt 2 18 Tracks beinhalten wird und als Feature wurde bis jetzt nur Lea bekannt gegeben. Das Album kommt über Urban und erscheint als CD und auch als Box. 90K und Abyss, Hochhaus Original. Die beiden Newcomer gewannen als Crew im Jahr 2018 den Rap-Tags-Contest von Chapter One. Auf ihrem Album thematisieren die Berliner vor allem ihren Alltag auf den Straßen von Marzahn und Hohenschönhausen. Hochhaus Original beinhaltet 15 Tracks. Features kommen unter anderem von Millionär, Stan und Yusuf. Das Album kommt über Chapter One und erscheint als CD und auch als Bundle. PA Sports keine Tränen Im Juli 2018 gab der Rapper bekannt, dass er seinen Künstlernamen auf PA ändern würde und dass Sports somit wegfallen würde. Nachdem die geplante Namensänderung aber diverse Komplikationen bei den verschiedenen Musikplattformen mit sich gebracht hätte, erklärte PA dann, dass er doch bei dem Namen PA Sports bleiben werde. Das letzte Album, Verloren im Paradies, erschien im Juni 2017. 2018 erschien dann noch Desperados 2 mit Keanu. Jetzt kommt der Essener mit seinem achten Solo-Album. Keine Tränen beinhaltet 15 Tracks. Features kommen von Jamule, Keanu, Mo Phoenix und Motrip. Das Album kommt über Life is Pain und erscheint als CD und auch als Box. Jakuza Magnolia X Im März 2013 veröffentlichte Jakuza sein Album Magnolia. Seitdem veröffentlichte der Österreicher zahlreiche Alben, Collabo-Alben und auch EPs. Im Januar nächsten Jahres erscheint dann mit Heavy Rain sein nächstes großes Album. Die Zeit bis dahin wird nun mit dem aktuellen Release gut überbrückt. Magnolia X kommt mit 12 Tracks. Als Feature wurde bis jetzt nur Mark Sloan bekannt gegeben. Das Album kommt über iGroove und erscheint digital. Johnny Rakete Trauriger Junge mit Rauch in der Lunge Im Februar 2017 erschien das letzte Release von Johnny Rakete. Die EP macht's gut und danke für den Fisch. Nach mittlerweile 5 EPs kommt nun das lang erwartete Debüt-Album des Fürthers. Das Album wurde komplett von seinem Kreativpartner Hawk One produziert. Trauriger Junge mit Rauch in der Lunge kommt mit neuen Tracks und beinhaltet keinerlei Features. Das Album kommt über OK WOW und erscheint als Vinyl. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.